Vermeide unbedingt diese Fehler, wenn du eine Frau kennenlernst. In diesem Video wirst du 99 Fehler bekommen, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du eine Frau kennenlernst. Mein Name ist Andy Friday, das ist Marc Kakao Kim. Wir sind beide Flirt-Coaches und wir machen das seit über zehn Jahren und bringen Männer wie dir bei, Männer mit Herz, wie sie besser mit Frauen umgehen und so entlang der Reise die richtige finden. Der erste Fehler ist schon mal ein kritischer Fehler, deswegen passen unbedingt auf, welche Fehler du vermeiden solltest beim Kennenlernen von Frauen. Kommunikation. Punkt Nummer eins. Du bist ein offenes Buch. Yes. Wenn du als Mann jede ihrer Fragen beantwortest und du zu allem eine Antwort hast, weil du möchtest ja nicht unhöflich sein, dann machst du in der Tat etwas verkehrt. Das ist der allererste Fehler, den du machst. Das Ganze geht aber auch auf der anderen Seite und das wäre der zweite Fehler. Ja. Punkt Nummer zwei. Du gibst nichts von dir preis. Du lässt dich ständig im Dunkeln drüber, wer du als Person bist und das ist unehrlich. Was du dann machst, ist dann übertreibst du in die andere Richtung. Da gibt es auch immer wieder Männer, die denken, okay, ich werde einfach so wenig von mir erzählen wie möglich. Ich mache alles wie ein großes Mysterium und sie fragt irgendwas und dann sage ich, was meinst du denn? Oder sie fragt mich zu etwas, was ich diese Woche erlebt habe oder zu irgendeiner anderen Frau und ich sage, man weiß es nicht, man munkelt es nur und man gibt null von sich preis. Genauso schlimm, sie wird dadurch keine Ahnung haben, wer du bist und die Balance macht hier echt genau das aus, dass du für sie interessant wirst. Wenn sie dich kennenlernt, das ist wichtig, sie sollte etwas über dich kennenlernen. Sie sollte deinen Charakter kennenlernen, deine Werte, zu was du eine emotionale Bindung hast in der Vergangenheit, in deiner Vision, in deinen Träumen. Das, was dich als Mensch ausmacht, ist das, was du emotional in ihre Welt beitragen kannst. Das sind deine Werte, das sind deine Emotionen, das ist das, was du in deiner Welt mit Emotionen verknüpfst. Wenn du allerdings zu allem eine Antwort hast, dann bist du in der Tat ein offenes Buch und dann ist es nicht mehr für sie eine Reise, dich kennenzulernen, sondern es ist quasi, sie kann sich alles pflücken, was sie möchte und das ist kein spannendes Kennenlernen. Das ist nicht der Prozess, den sie gerne haben möchte. Wenn du dir einen Film anschaust, dann möchtest du nicht vorher das Ende wissen, dann möchtest du nicht wissen, wie der Film voranschreitet. Sondern du möchtest dich einfach auf den Film einlassen. Und genauso wie bei einem Thriller, du Stück für Stück die Informationen sich für dich eröffnen und manchmal weißt du sie noch nicht, was der Killer da gerade vor sich hat oder wie auch immer gerade der Detektiv nach dem Killer sucht. Die Dinge, die erübrigen sich im Laufe des Filmes und das macht das Ganze spannend. Das heißt, wenn du ein Mysterium sein möchtest, was in der Tat natürlich ein attraktives Merkmal sein kann, dass sie dich nicht sofort in eine Schublade stecken kann, dann denk das Ganze dir doch einfach eher als Konzept von, dass du nicht der Mann bist, den sie in eine Schublade stecken kann. Das heißt, sobald du von jemandem anderen mental in eine Schublade gesteckt wirst, sobald andere denken, okay, das ist der und der Kerl, das ist der Komiker oder das ist der Klassenclown oder das ist der Tiefgründige oder das ist der Künstler oder das ist der Schüchterne, der Zurückhaltende. Sobald du dieses Label hast, springst du da heraus und beweist etwas anderes, zeigst etwas anderes, zeigst das Gegenteil, zeigst zum Beispiel, dass du total tiefgründig sein kannst oder zeigst, dass du komplett oberflächlich auch mal sein kannst und über komplett langweiligen Schwachsinn lachen kannst, dass du aber auch Emotionen hast, dass dich Dinge berühren, dass dich Dinge echt auch bewegen oder dass du wie ein kleines Kind begeistert sein kannst, wenn der Eismann vorbeikommt und mit der Glocke bimmelt. Zeig verschiedene Facetten an dir und dann bist du genau die richtige Prise aus Mysterium und zugänglich. Okay, nächster Punkt. Reise finde ich gut, muss ich nur mal sagen, Reise finde ich gut, per Anhalter durch die Galaxie. So sollte es sein. Hey, Punkt Nummer drei. Du redest nur von dir. Yes. Erzählst dir die komplette Lebensgeschichte von dir, am besten noch chronologisch, von deiner Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo du gerade angekommen bist. Genau. Hier geht es darum, dass du nicht nur von dir sprichst, sondern dass du natürlich auch sie fragst, sie kennenlernst. So, das denke ich, machen die meisten von euch, von unseren Zuschauern sowieso, aber auch hier wichtig, mach nicht diesen Fehler, dass wenn sie mal ganz viele Fragen dir stellt, dass du dann denkst, boah, die interessiert sich ja total für mich, dann erzähle ich einfach mal ganz viel. Du solltest dann irgendwann selber auf jeden Fall merken, hey, ich will ja auch sie kennenlernen, sie muss ja auch was von sich erzählen, sonst lernen wir uns nicht kennen und das ist immer dann in einer Disbalance nicht gut. Also erkenne, wenn das passiert und lerne sie ebenfalls kennen, stelle ebenfalls Fragen. Punkt Nummer vier. Du bist zu ernst. Yes. Männer, die zu ernst sind, sind bei uns in unserem Kundenstamm die Norm. Das haben wir deutsche, deutschsprachigen Männer nun mal so gemeinsam. Wir sind sehr verkopft, wir denken, dass alles eine logische Antwort braucht und dass wir selbst mit Frauen genauso auf diese logische Art, rationale Art kommunizieren sollten. Das ist nicht der Fall, mein Lieber. Verführung ist eine Sprache der Emotionen und das bedeutet, du solltest lernen, wie du flirtest und nicht nur rational ihre Fragen beantwortest. Punkt Nummer fünf. Du forderst sie nicht heraus, nicht mal ein klitzekleines bisschen. Genau, das ist in der Tat etwas, was wir auch sehr oft beobachten bei Männern, die zu uns ins Coaching kommen. Sie haben diesen Respekt vor Frauen, dass sie Frauen auf gar keinen Fall herausfordern sollen, weil das könnte ja die Frauen eine unangenehme Lage bringen. Glaubt das nicht. Es ist viel spannender für Frauen, genauso wie es auch spannend ist für dich und für mich und für jeden von uns, wenn wir auch mal gefragt werden zu etwas, wo die Antwort vielleicht nicht sofort parat haben. Wenn wir herausgefordert werden, wenn wir sogar vielleicht spielerisch wie im Flirt herausgefordert werden zu etwas, was uns in eine andere Dimension bringt. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel eine verrückte Fantasie. Sie spricht mit dir über die Lösung, die du am Computer parat hast, weil sie deine Arbeitskollegin ist. Und du denkst dir, ja, ich habe die Lösung, aber jetzt forder ich sie einfach mal heraus. Und du sagst ihr, du, ich bin mir sicher, das kriegst du doch auch hin. Du bist doch genauso wie ich so ein IT-Ass, oder? Du hast herausgefordert, es ist kompletter Schwachsinn. Sie weiß, dass sie kein IT-Ass ist und dann sagst du nochmal, doch, doch, ich bin mir sicher. Du lebst doch in Zahlen, in Nullen und Einsen. Du bist da der Crack. Eigentlich müsste ich dich um Rat fragen. Und das bringt Leichtigkeit ins Spiel. Das bringt den Flirt ins Spiel. Das ist die Herausforderung und das ist für sie die Sprache der Emotion, weil dann seid ihr in einer verrückten Fantasie und es ist viel angenehmer als diese rationale, logische Hilfsebene, in der die meisten Männer sich befinden und deswegen landen sie dann immer nur in der Freundschaftszone. Okay, Punkt Nummer 6. Du gibst zu viele Komplimente. Oh Gott, du bist so schön, du bist so attraktiv. Ich mag dein Kleid, du machst sowieso alles so toll. Korrekt, solltest du nicht machen. Das Ganze ist eine Prise. Komplimente sind sehr schön, Komplimente mögen wir alle, aber übertreib es nicht. Und wenn du ein Kompliment gibst, dann mach das auf folgende Weise. Hier habe ich dir schon ein Video dazu verlinkt. So gibst du die besten Komplimente. In dem Video bekommst du nämlich auch zwei Komplimente, die wirklich attraktiv sind und die sie verrückt nach dir machen wird. Punkt Nummer 7. Du zeigst dir überhaupt keine Wertschätzung. Gar keine Wertschätzung zeigen bedeutet zum Beispiel, dass du in deinen Komplimenten nur ihr Äußeres wertschätzt. Und Wertschätzung ist etwas, das geht eigentlich immer an den Charakter, an die Seele. Das heißt, gib ihr Wertschätzung für etwas, was sie toll macht oder wie sie etwas sieht. Wenn sie eine Einstellung hat zu einem gewissen Thema, wo du mit ihr in die Tiefe gegangen bist und du hast herausgefunden, dass sie das so und so anpackt oder im Leben immer wieder, wenn sie Höhen und Tiefen hat, dass sie danach wieder zu sich selber findet und wenn sie hinfällt, dass sie dann wieder aufsteht und dass das die Art von Persönlichkeit ist, die sie sein möchte oder wo sie ein Vorbild sein möchte für ihre Kinder eines Tages. Das sind Dinge, die finde ich persönlich schön. Für die würde ich ein Kompliment geben. Das braucht Wertschätzung. Yeah. Punkt Nummer 8. Du kommentierst gar nicht oder wertfrei. Oh ja, das hören wir sehr oft, wenn Frauen etwas erzählen, dass Männer dann einfach, okay, ah, okay, ah, interessant, okay, ja. Diese Arten von Kommentare sind genauso wie alle anderen Punkte, die wir gerade genannt haben, komplett emotionslos und bringen nicht das Knistern mit. Das heißt, hab eine Meinung. Kommentiere, wenn du was zu kommentieren hast und wenn du nichts zu kommentieren hast, dann ist es auch völlig okay, ihr einfach nur in die Augen zu schauen und zu abwarten. Abwarten, was denn noch so kommt. Was sie dir erzählen wird. Und in der Tat, vielleicht ist ja das, was sie dir sagt, gar nicht mal so gut. Vielleicht bist du ja sogar kritisch eingestellt gegenüber dem, was sie gerade gesagt hat. Oder du hast es noch nicht ganz verstanden und deswegen musst du nachhaken. Das heißt, du kannst dann auch einfach unterbrechen und nachhaken. Mehr dazu gleich. Nächster Punkt. Ja, da sind wir schon bei Punkt Nummer 9. Bei Punkt Nummer 9. Keinen Standpunkt vertreten. Genau. Wenn du keinen Standpunkt vertrittst, dann wird sie dich ebenfalls nicht kennenlernen und das bedeutet, es ist wichtig, dass du tatsächlich auch polarisieren kannst. Dass du nicht nur der liebe Nette bist, aber dass du definitiv auch nicht das Macho-Arschloch bist. Du bist der Mann, der zu seinen Bedürfnissen und zu sich steht. Wenn du etwas magst, dann sagst du es. Und wenn du etwas nicht magst, dann kannst du das genauso sagen. Das bedeutet es, wenn andere dir sagen, sei einfach du selbst. Das bedeutet, dass du zu dir stehst. Ja, vor allem, du gibst Futter. Vor allem gibst du Futter, dass man mit dir reden kann, damit sie mit dir reden kann, dich kennenlernen. Aber da gehen wir rüber zu Punkt Nummer 10. Zu stark seinen Standpunkt vertreten und dabei ignorant sein. Ja, das machen in der Tat die Gruppe von Männern, über die ich gerade geredet habe, die Machos, die wollen dann natürlich ihrem Gegenüber immer zeigen, wie krass und toll sie sind. Mach das nicht. Das bringt dich nur in eine Welt, in der sie, und das wird sie dir wahrscheinlich nicht sagen, weil das sagen dir die wenigsten Menschen, sie in ihrem Kopf sich denken wird, ich habe kein Interesse an dem. Und selbst wenn du denkst, okay, sie ist still, sie hört mir zu, ich kann hier noch mehr und mehr reden. Sie ist still, weil sie abwartet, wann sie das Date abbrechen kann, wann sie das beenden kann. Also, mein Lieber, es ist immer wichtig, dass du dort natürlich die Empathie aufrechterhältst und guckst, hey, bin ich gerade nur auf einem Ego-Trip oder ist das noch ein gemeinsames Projekt, was wir haben? Lernen wir uns gerade gemeinsam kennen? Nächster Punkt. Oh ja, so wichtig. Ja, Punkt Nummer 11. Belehren wollen und überkritisch sein. Du musst, du solltest. Genau, derselbe Typ würde das machen. Aus meiner Sicht. Korrekt, genau dieser Typ würde das machen. Einer meiner Favoriten. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten, wir sollten, und da bin ich jetzt auch gerade etwas belehrend, aber selbst im Belehrenden kannst du das machen, wie ich es gerade gemacht habe. Nicht so sehr mit dem Finger zeigen, nicht sagen, du musst, du sollst, sondern du kannst von wir sprechen. Wir sollten als Menschen alle einander mehr zuhören. Ich finde persönlich, wenn wir uns mehr zuhören würden, dann würde es weniger Probleme geben, weil dann würden wir die andere Seite mehr verstehen. Und ich finde, das ist super wichtig, denn gerade beim Kennenlernen von Mann und Frau, da gibt es sehr viele Missverständnisse, die einfach aus dem Weg geräumt werden könnten, wenn wir ein paar Sekunden länger dem anderen, auf Englisch sagt man dazu, the benefit of the doubt geben. Das heißt, ihm einfach mal ein paar Sekunden länger zuhören und gucken, vielleicht meint er das ja aus einer guten Warte heraus. Vielleicht ist seine Intention ja positiv. Und das ist tatsächlich der Unterschied zwischen den Menschen, die es nicht hinbekommen, einen anderen Menschen an sich ranzulassen, die es auch nicht hinbekommen, echte, schöne, langfristige und gesunde Beziehungen aufzubauen mit denen, die das schaffen. Denn diejenigen, die das schaffen, die sind gewillt, beim anderen guten Willen hineinzuinterpretieren. Die denken sich, auch wenn ich gerade nicht verstanden habe, was der andere sagt oder auch wenn der andere eine andere Meinung ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er gute Absichten hat. Und das gibt dir dann die Möglichkeit, ganz anders zu reagieren, positiver zu reagieren und nicht sofort mit Kritik zu reagieren oder belehren zu wollen. Perfekter Übergang zu Punkt 12. Und zwar schnell eine Meinung von ihr bilden und abstärken, sowohl positiv als auch negativ. Genau. Lass das sein. Lass sie einfach mal auf dich wirken. Das ist dieser Moment, wo du tatsächlich einfach mal dir das Ganze anschauen kannst. Was ist das für ein Mensch? Was geht gerade an diesem Menschen vor? Und wirklich ohne dabei ständig immer wieder an dich selber zu denken, wie komme ich gerade rüber? Was mache ich gerade falsch? Nein. Was macht dieser Mensch eigentlich gerade? Richtig? Falsch? Ich lasse es alles einfach mal auf mir wirken. Das bringt nämlich genau diesen Augenkontakt und das bringt etwas viel Verführerisches mit sich, als dieser Druck immer wieder etwas sagen zu müssen oder das Richtige sagen zu müssen. Es gibt Dinge, die du sagen kannst, die gut ankommen. Es gibt Dinge, die du sagen kannst, die nicht so gut ankommen. Wie du das herausfindest, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Das können wir dir bei den Flirt-Spezialisten sagen. Das findest du raus, wenn du hier auf diesen Link klickst. www.interessewecken.de. Schau dir dort das Video an, dann findest du ganz genau heraus, wie du in jeder Situation das Richtige sagst. Aber es ist auch wichtig, dass du einfach mal zuhörst und dir den anderen Menschen anschaust. Punkt Nummer 13. Sie erzählt was und du versuchst alles zu deuten. Sie verflirtet mit dir und du versuchst alles, was sie sagt, zu analysieren. Sind wir wieder beim verkopft sein? Ja, nicht verkopft sein. Lass sie einfach mal auf dich wirken. Punkt Nummer 14. Jammern. Natürlich, es hört sich so logisch an, dass wir nicht jammern sollten, aber in der Tat machen das sehr viele. Sie erzählen so viel von dem, was in ihrem Leben schief geht und wie es ihnen so schlecht ging und dass sie vielleicht gar keine Freunde haben und dass es ganz, ganz, ganz schlimm ist, in ihren Schuhen zu stecken. Wenn du das tust, dann zeigst du damit nur deine Seiten, die nicht angenehm sind. Und natürlich ist es wichtig, auch die Seiten zu zeigen, die vielleicht nicht die Sonnenseiten sind, sondern auch mal die Schattenseiten. Das bedeutet es tatsächlich dann auch, authentisch zu sein. Aber jammern, jammern bedeutet, dass du da keinen Deckel drauf setzt, dass du nur über die negativen Sachen erzählst und immer wieder zurück zum Negativen kommst. Das ist ein fataler Fehler. Mach das nicht. Wenn du von dir erzählst, wenn sie dich kennenlernt, wenn du ihr Fragen stellst, dann darf es da natürlich auch mal in eine Richtung abdriften, die ganz kurz in die negativen, in die dunklen Sphären geht. Aber verweile da nicht zu lange. Das ist ein interessanter Punkt. Aber danach setze selber den Punkt, tu einen Deckel drauf und komm wieder ins Licht. Das kannst du sogar ganz verbalisieren, indem du sagst, okay, genug gejammert. Also zurück dazu. All right, Punkt Nummer 15. Sie bewusst oder unbewusst mit anderen Frauen vergleichen, indem du von anderen Frauen sterbst. Oh mein Gott, Skull, Johansson, das ist so noch heiß. Ah, Traumfrau. Traumfrau. Yes, alles gesagt. Allerdings, was du nicht falsch verstehen solltest, es ist völlig okay, Frauen attraktiv zu finden. Eine Sache, die ich zum Beispiel Frauen auf dem Date grundsätzlich frage, wenn ich diesen Eindruck bekomme, ist, auf welchen Typ Frau stehst du eigentlich? Weil ich davon ausgehe, dass sie bisexuelle Tendenzen hat und dass wir dadurch vielleicht gemeinsam Spaß haben könnten. Und das mache ich dann, indem ich natürlich auch ihr einen Vorschlag mache. Wenn ich zum Beispiel sage, auf welchen Typ Frau stehst du denn? Ist das eher so der intellektuelle Typ oder so blond, schlank oder brunette Brille, farbig? Ist das eher der Mensch, der so Blümchenkleider trägt oder ist das eher die Frau, die mit so einem Businessanzug ist? Dann gebe ich hier Vorschläge oder ich zeige ein bisschen im Raum rum und sage, eher so dieser Typ oder eher so sie, damit sie sich auch was rauspicken kann. Das macht es leichter für sie. Das ist aber nicht schwärmen. Das ist in der Tat, da geht es ja um sie und ihre Vorlieben. Und das ist in der Tat ganz interessant, weil darüber redet sie in der Regel gerne. Punkt Nummer 16. Lästern im Allgemeinen am besten noch über die eigene Ex-Freundin. Niemals lästern. Aber das ist eine Grundregel sowieso fürs Leben. Wir sollten aus allen Erfahrungen versuchen, das Positive rauszuziehen. Denn nur dann sind wir auch stark genug, in der nächsten Situation, in der wir mit etwas Negativen konfrontiert sind, diese Situation zu meistern, weil wir mit Selbstbewusstsein in diese neue Gefahr reingegangen sind und nicht mit der Bestätigung, dass wir letztes Mal schon versagt haben. Oh Gott, wie schlimm das war. Nein. Geh mit Positivem aus der Situation heraus, indem du etwas Positives suchst und findest. Und selbst wenn deine letzte Beziehung schrecklich gewesen sein sollte, erwähne kein schlechtes Wort darüber. Sag ihr einfach, meine letzte Beziehung, die war nicht ganz leicht. Aber ich habe viel gelernt und im Endeffekt glaube ich, wollen wir alle einfach nur geliebt werden. Und manchmal schaffen wir es nicht, das zu kommunizieren. Und wir haben definitiv aneinander vorbeikommuniziert. Punkt Nummer 17. Keine Pause oder Stille aushalten können. Versuchen, den leeren Raum mit Worten zu füllen, anstatt relaxed zu sein. Hä? Anstatt relaxed zu sein? Ist doch gut, wenn du relaxed bist. Anstatt relaxed zu sein. Nein, ist doch gut, wenn du relaxed bist. Natürlich ist es gut, relaxed zu sein. Kannst du keine deutsche Grammatik? Anscheinend nicht. Nächster Punkt. Wir gehen jetzt rüber zu der Körperhaltung. Punkt Nummer 18. Steife Körperhaltung. Jetzt hast du es schon wieder gemacht. Ich dachte, du liest noch weiter vor. Da steht, wie gesagt, Alter, bist du steif. Entspann mal. Wolltest du dazu nicht was sagen? Achso, ich dachte, du willst diesen Part übernehmen. Na, dann mache ich das. Okay. Ich verstehe die Worte nicht. Das hast du ja oft geschrieben. Sag das ruhig. Verstehe ich die Worte? So, nächste Rubrik. Körperhaltung. Punkt Nummer 18. Steife Körperhaltung. Und zwar durchwegs. Entspann dich mal. Ja, natürlich. Sag mal ein bisschen relaxed. Unsere Körperhaltung darf sich auch mal anpassen. Es ist übrigens genau diese Asymmetrie, die Sympathie erweckt. Das heißt, in der Tat, wenn du so da sitzt, das erscheint eher einschüchternd, furchteinflößend. Wenn du allerdings mal seitlich da sitzt oder den Kopf seitlich hinlängst, während du mit ihr redest und sagst, Das zeigt Entspannung. Das heißt, trau dich zur Asymmetrie. Das ist der Grund, warum, wenn du Videos anschaust von Leuten wie James Dean, warum die immer so in den Seilen hängen, weil sie halt ultra entspannt sind. Oder als Stoned. Hat 100 Wasser nicht gesagt, die gerade Linie ist gottlos? Oh, das ist ein schönes Zitat. Hm. Ne? Ab und zu kommt sowas raus. Okay, Punkt Nummer 19. Keine Körperspannung haben. Und wie so ein nasser Wassersack die ganze Zeit vor ihr rumsitzen. Yes. Hast du kein Rückgrat? Yes. Hast du kein Rückgrat? Yes. Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn du natürlich überhaupt keine Körperspannung hast, dann wird sie das ebenfalls wahrnehmen. Und das ist in der Tat, das ist das Sinnbild. Er hat kein Rückgrat. Was ist denn da los? Darum, es ist gut zu variieren. Und Punkt Nummer 20 ist einer meiner Favoriten, was ich sehr oft sehe, wenn ich am Wochenende unterwegs bin. Sich aufpustern an Wannabe-Alpha markieren. Da kriege ich nur das Schaudern. Ekelhaft. Lass uns das nicht tun. Wir müssen nicht so tun, als wären wir irgendwelche Alphas. Denn die Leute, die wollen jemand sein, der sie nicht intrinsisch sind. Und dadurch sind sie inauthentisch. Dadurch kommen sie weniger attraktiv an. Erst recht die Männer, die glauben, ich bin so richtig Alpha und ich muss mir das gar nicht mehr einreden, weil ich es schon bin. Die ziehen dann nur die Frauen an, die überhaupt kein Selbstbewusstsein haben und mit denen du definitiv keine lange, gesunde und glückliche Beziehung haben wirst. Das heißt... Hatten wir in der letzten Folge schon. 100%. Mach mir mal einen Deckel drauf. Mach mir mal einen Deckel drauf. Jetzt reden wir nicht mehr über Alphas. So, Punkt Nummer 21. Pausenlos starke und überschwängliche Körperbewegung haben. Sag ich nur zu, du bist kein Clown. Korrekt. Nächster Punkt. Okay. Punkt Nummer 22. Permanent frontale gewandte Körperposition haben. Also ihr Zugewand. Das habe ich ja gerade schon gesagt. In der Tat. Yes. Variiere, 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 variiere. Ja, variiere. Ah, oh mein Gott. Nicht zu stark. Es wird zu steifen. Get ready. Oder gib mal ein bisschen Boogie-Wooogie mit den Schultern. Oder mit der Hüfte. Yes. Punkt Nummer 23. Ständig vorgebeugt zu ihr gewandt sein. Yes. Darfst dich auch zurücklehnen, haben wir gerade gesagt. Punkt Nummer 24. Rück ihr nicht zu früh auf die Pelle. Zurück nach Abstand. Übrigens, der Intimbereich ist so in Deutschland so zwischen 20 und 60 Zentimetern. Wenn du diese Schwelle überschreitest, zu schnell, kann das bedrohlich werden oder aufdringen. Interessant. Wie sollen wir also die 20 bis 60 Zentimeter jedes Mal abmessen? Jetzt wird es schwierig, aber dazu haben wir am Ende des Videos dir das wichtigste Element dieser Liste von 99 Fehlern, die du vermeiden solltest, erst mitgebracht. Also mein Lieber, schau das Video bis zum Schluss, denn es gibt eine frohe Botschaft zwischen all diesen Fehlern, die du machen könntest. Bleibt dran. Punkt Nummer 25. Zu großer Abstand. Punkt Nummer 26. Keinerlei Berührungen haben. Und Punkt Nummer 27. Zu viel Berührung. So tatschig sein, übergriffig und ständig antatschen. Hirnter, Oberschenkel, Gesicht, Nasen, Löcher, überall. Nein, das ist zu viel. Das ist ein bisschen gentle. Aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Und in Berührungen ist das sehr, sehr zutreffend. Die meisten Männer, die dieses Video schauen, berühren Frauen wahrscheinlich überhaupt nicht. Und dann gibt es wiederum die Männer, die, wie Marc Kako gerade gesagt hat, viel zu touchy sind und übergriffig werden. Beides ist nicht die Lösung. Ein fester Händedruck zum Beispiel ist immer zu empfehlen. Beim Begrüßen, Küsschen links, Küsschen rechts oder nur Küsschen links, das ist auf einem Date-Szenario oder wenn du neue Leute kennenlernst außerhalb vom Beruf. Total in Ordnung. Was du beachten solltest, ist immer, gehe ich gerade zu nah dran, schreck sie zurück, dann gehe ich selber zurück. Um genau zu wissen, wie viele Berührungen für deine Situationen richtig sind, klicke auf dieses Video, da habe ich das dir nämlich schon längst erklärt. Lass uns mal zur Stimme übergehen. Punkt Nummer 28. Permanent zu laut sprechen. Genauso wie Punkt Nummer 29. Permanent zu leise sprechen. Yes, sehen wir immer wieder. Deine Stimme ist ein Instrument. Also spiel es. Mach Musik. Du kannst so viele tolle und schöne Sachen mit deiner Stimme anstellen. Versteck sie nicht. Sie darf gehört werden. Aber du brauchst auch nicht schreien, denn dann wird es zu laut. Da gibt es aber noch eins. Nummer 30. Und zwar permanent in einer sehr hohen Frequenzbreite reden. Das kriege ich ganz gut hin. Yes. Dazu gibt es etwas ganz Einfaches zu wissen. Und das ist, dass du kannst in deiner Kopfstimme sprechen oder du kannst in deiner Bauchstimme sprechen. Die Kopfstimme ist hier oben. Die ist ganz hoch, weil da pressen wir die Luft und da pressen wir das Blut. Alles ist in den Kopf und wir wollen unbedingt den anderen überzeugen. Und wenn wir in der Bruststimme sprechen oder in der Bauchstimme, da sprechen wir viel tiefer, viel angenehmer und viel ruhiger. Und das ist in der Tat viel attraktiver. Punkt Nummer 31. Zu schnell sprechen. Yes, wenn du viel zu schnell bist, dann ist das nicht so angenehm. Mach das bitte langsamer. Punkt 32. Monoton sprechen. Ja, monotones Sprechen ist die Art von Sprechen, die die Männer meistens sich antrainiert haben, als sie von Lehrern, von Mitschülern, von anderen Menschen in ihrer Umgebung, von Leuten, die sie eigentlich mochten oder vertraut haben, in der Kindheit Schelte bekommen haben, wenn sie zu freudig oder zu traurig oder zu emotional grundsätzlich gesprochen haben. Und dann haben die sich angewöhnt, sehr monoton und sehr sachlich und sehr rational zu sprechen. Und das ist sehr schade, denn wir haben so viel mehr, dass wir an Emotionen teilen können. Kennenlernen ist die Sprache von Emotionen. Wir wollen die Emotionen von anderen kennenlernen. Wir wollen die Werte von anderen kennenlernen. Und das machen wir, indem wir auch unsere Stimme benutzen. Und unsere Stimme ist das Sprachrohr zu unseren Gefühlen. Deswegen, du darfst in der Tat mal hoch sprechen, mal tief sprechen, mal freudig, mal traurig. Alles ist erlaubt. Das Spektrum ist das, was dich interessant macht. Du bist nicht einfach nur in eine Schublade zu stecken, sondern du bist ein ganzheitlicher Mann mit so vielen Facetten, das dich erst wirklich interessant macht. Sehr gut, Herr Freitag. Okay, gehen wir rüber zu Augenkontakt. Punkt 33. Kein bis sehr wenig Augenkontakt. Und Punkt Nummer 34. Den Bilden ausweichen. Yes, Augenkontakt. Darüber haben wir ebenfalls in der letzten Folge geredet. Und Augenkontakt ist dann gut, wenn du Druck verstehst. Wenn du Druck aufbauen kannst, aber auch direkt wieder loslassen kannst. Und Augenkontakt ist in der Tat eine Form von Druckaufbau. Wissenschaftler haben festgestellt, dass ungefähr 3,3 Sekunden der angenehmste Augenkontakt ist. Weil da baust du ein wenig Druck auf und danach lässt du ihn wieder fallen und sie hat die Möglichkeit, wieder durchzuatmen. Und das ist angenehmer Augenkontakt. Dazu gibt es noch sehr viel mehr zu sagen. Das in Kurzform. Das ist ein anderes Mal. Okay, Punkt Nummer 35. Ununterbrochener, starrer, dominanter Augenkontakt. Und zwar länger als 3,3 Sekunden. Ja, mach das nicht. Ja, ich höre ja schon auf. Okay. Punkt Nummer 36. Beim Zuhören geistig abwägen sein und einen Blick haben wie ein toter Fisch. Selbsterklärend, oder mein Lieber? Sie möchte doch, dass du bei ihr bist. Dass du sie kennenlernst. Und dass dieser Kennenlernprozess voller Intriguing auf Englisch, Intrige auf Deutsch passt aber nicht. Dass du also gepackt bist von dem, was sie sagt. Aber wenn sie etwas sagt, was dir nicht so gefällt, dass du dann auch durchaus dich zurücklehnst und kritisch sein kannst. Sei nicht wie ein toter Fisch mit deinem Blick. Denn das würde nur zeigen, dass du überhaupt kein Interesse an dem hast, was sie sagt. Punkt Nummer 37. Ihr ständig auf die Brüste, auf den Hintern, auf die Beine und Zwischenschritt gucken und dann so tun, als ob man es nicht getan hat. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Augen hier oben zu halten. Aber in der Tat ist es völlig okay, wenn du sie dir mal anschaust und sie musterst. Wenn du das machst, dann tu allerdings nicht so, als hättest du es nicht getan. Sondern dann steh dazu. Du bist ein Mann, du hast Bedürfnisse, das ist völlig okay. Und es ist auch schmeichelhaft, wenn sie dich mag, wenn ihr auf einem Date seid und du sie tatsächlich auch schön findest für ihre äußerlichen Charaktereigenschaften. Für ihre äußerlichen Eigenschaften. Was du dann machen kannst, ist, dass du ihr zum Beispiel sogar die Möglichkeit gibst, dass wenn du sie musterst, dass sie dann das sogar merkt und sagt, Oh, was machst du denn da? Ich muster dich gerade. Ich schaue dich gerade mal ein bisschen an. Dreh dich mal kurz. Komm, lass mich mal sehen, wie dein Hintern ausschaut. Okay, gut. Test bestanden. Das ist natürlich für ein Date. Für ein Date-Szenario. Dreh dich um. Kannst du es aber auch zum Anhängen benutzen. Nein, dreh dich bitte wieder zurück. Das war nichts. Nicht machen, wenn sie kein Selbstbewusstsein hat. Das ist was für selbstbewusste Menschen. Und deswegen ist Flirten so wichtig, weil damit kannst du abchecken, wie selbstbewusst und wie wohl sie sich in ihrer eigenen Haut fühlt. Nochmal, das ist fürs Date. Das ist, wenn ihr zwei ganz klar in eine romantische Richtung miteinander euch bewegt. Nicht für den Arbeitsplatz. Okay, gehen wir rüber zu Mimik und Ausdruck. Punkt Nummer 38. Beim Kennenlernen nicht lächeln. Punkt Nummer 39. Die ganze Zeit ständig, permanent, ohne Pause, Dauergrinsen und Dauerlächeln. In media res. Die Menge macht das Gift. Okay. Punkt Nummer 40. Keine Emotionen im Gesicht zeigen, sowohl beim Sprechen als auch beim Reagieren von dem, was sie sagen. Flirten ist die Sprache der Emotionen. Das Ganze können wir natürlich auf der verbalen Ebene machen, indem wir verbal emotional wertige Dinge sagen. Quasi flirten, also eine verrückte Fantasie, eine übertriebene Bitte und all die anderen Flirtelemente, die du bei uns, bei den Flirtspezialisten lernen kannst. Oder du machst das durch das Wie. Über 80 Prozent des Gesagten ist das Wie und nicht das Was. Das heißt, durch die Stimme, wie vorhin schon gesagt, oder natürlich auch durch unser Gesicht, durch unsere Mimik. Gute Geschichtenerzähler, die erzählen die Emotionen, um die es geht in der Geschichte, schon längst in ihrem Gesicht, bevor sie angefangen haben, die Worte dazu zu sagen. Das ist emotional wertiges Erzählen. Das packt Menschen. Deswegen, wenn du damit überhaupt keine Übung hast, schau einfach mal, wie du Geschichten erzählst. Wie sehr, nimm dich einfach mal selber auf und erzähl eine Geschichte, erzähl was von deinem Tag und nimm dich selber auf und schau dir dann auf dem Handy das Video an. Wenn du da überhaupt keine Regung im Gesicht hast und das Gesicht war die ganze Zeit ziemlich monoton, dann zeigt das, dass du bei anderen Menschen keine Emotionen auslöst, wenn du so erzählst. Das können wir natürlich üben, machen wir auch, für gerade mal 39 Euro im Monat bei uns, bei den Flirtspezialisten. Das ist das günstigste und meiner persönlichen Meinung nach auch das beste Flirtcoaching, was du finden kannst. Denn wir arbeiten mit dir gemeinsam. Du kriegst nicht nur einfach irgendeinen Videokurs und wirst dann abgestempelt, mach dein eigenes Ding. Nein, wir lassen dich nicht alleine. Wir üben mit dir jede Woche. Du kannst bei uns Fragen stellen. Wir haben eine Community. Geh auf www.interessewecken.de oder klick hier hin. Auf der nächsten Seite findest du ein Video, da wird genau erklärt, wie wir miteinander arbeiten, wie wir bei den Flirtspezialisten dich dahin bringen, dass du die Frau am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis oder die Frau, mit der du schon längst dich getroffen hast, aber du einfach nicht wusstest, wie du das Ganze aufs nächste Level bringst. Vielleicht, weil sie nie Interesse hatte, mit dir sich nochmal zu treffen. Wie du das schaffst, sowohl beim Schreiben als auch in Person. www.interessewecken.de So wirst du immer wissen, was du sagen sollst, damit sie ganz verrückt nach dir wird und du nicht mehr in der Freundschaftsschiene landen musst. Das, mein Lieber, das machen wir. Das ist das Beste, was du machen kannst. Deswegen, www.interessewecken.de, komm zu uns, zu den Flirtspezialisten. Ja, auf jeden Fall gönn dir diese Chance und erlebst du Geschichten, wie der Benno zum Beispiel, der letztens auf einem Eventband mit hunderten von Frauen und Männern connected hat. Immer so. Und da konntest du vorher überhaupt nicht. Ja, mein Lieber. Kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 41. Nie lachen. Korrekt. Jetzt lacht der. Du solltest auf gar keinen Fall nicht lachen. Das stimmt. Punkt Nummer 42. Niedrige oder zu hohe Energie haben. Langweile ist es nicht, aber überfordere sie auch nicht. Korrekt. Es ist ein Prozess, der angenehm sein sollte. Und das bedeutet, dass du natürlich nicht dich verstellen darfst. Das nicht. Aber schau, in welcher Energie sie ist. Und wenn sie gerade einen zum Beispiel schlechten Tag hat, dann bringt es nichts, selber überglücklich zu sein und einen tollen, tollen Tag selber zu haben, weil das holt sie nicht ab. Natürlich ist es gut, wenn du positiv bist, aber dann hol sie ab. Nimm sie mit auf diese Reise. Wenn du jemandem ebenfalls einen schönen Tag schenken möchtest, dann musst du erstmal kurz in ihrer Welt sagen, hey, was ist denn los? Ist alles okay? Und dann bist du kurz bei ihr, energetisch eher in ihre Richtung. Und dann kannst du sie mitnehmen und sagen, ist doch mega cool. Schau mal, du hast das und das schon geschafft. Ist doch super. Und dann hast du sie auf diese Reise viel mehr mitgenommen. Es heißt, Energielevel ist immer eine Frage von gemeinsamen Energielevel. Du willst ja nicht, dass ihr zwei unterschiedliche Individuen seid, die zufälligerweise im selben Raum sind. Nein, du willst ja, dass ihr eine Wirrblase habt. Dass ihr anfangt, auf derselben Wellenlänge zu schwimmen. Zu schwimmen, zu schwingen. Und deswegen von der Energie her, schau, welche Energie sie ist. Und dann sei ruhig ein bisschen flexibel in deiner eigenen Energie. Cool. Okay, wir gehen jetzt rüber wieder in die Kommunikationsebene. Kommunikationsphase 2, Nummer 43. Du brauchst nicht pausenlos Witze zu reißen, aber mangelnder Humor ist unfassbar. Flirten, flirten, flirten. Hab Humor, zeig Humor und lerne Humor. Lerne flirten, das ist eine der wichtigsten Skills, die du als Mann können musst. www.interessebecken.de www.interessebecken.de Yeah. All right. Punkt Nummer 44. Angeben, flexen, erzählen, wie toll du bist, was du erreicht hast, was du besitzt und wie toll du im Bett bist. Oh ja. So gut im Bett. Das machen genau so diese Machos. Das wollen wir nicht. Haben wir schon hundertmal erzählt. Sei nicht dieser Kerl. Punkt Nummer 45. Lügen. Und damit ist nicht flirten gemeint, wo man lügen kann, wenn das so offensichtlich ist, dass jeder drauf kommt, wie Ja klar, bin ich reich. Ich habe, ich besitze zwölf Schlösser und zwei Jachten. Und da kann man jetzt auch direkt rüberfahren mit einem Uber, den du leider bezahlen musst, weil ich bin ja, ich bin zu reich. Genau, das ist dann, das ist gar kein Lügen, sondern wenn du flirtest, dann ist es so offensichtlich, dass es mit ihr einfach eine emotional, ein emotionaler Austausch ist. Lügen bedeutet, dass du Unwahrheiten erzählst und die dann ernst meinst. Mach das nicht. Punkt 46. Erzähle nicht, wie langweilig, normal oder nicht besonders du bist. So Hashtag. Ich habe gar nicht so viele Freunde. Ja, es ist nicht gut, wenn du dich selber in einem absichtlich schlechten Licht darstellst. Nochmal, es ist völlig okay, auch verletzlich zu sein, ja, Seiten an dir zu haben, die nicht deine Sonnenseiten sind. Aber wenn du glaubst, und das denken manche Männer, dass du durch Sympathie punkten kannst, indem du dich schlecht redest, dass du also Mitleid von ihr bekommst, wenn du deine schlechten Seiten von dir alle erzählst und dass es dir so schlecht geht, dass du keine Freunde hast oder was weiß ich alles so schlecht in deinem Leben ist, dann wirst du dafür kein Mitleid bekommen. Du wirst von ihr Ablehnung erfahren. Mit so jemandem wollen wir nicht zusammen sein. Ja, es ist erst recht nicht fair, direkt am Anfang sie damit alles zu beladen, weil sie weiß gar nicht, ob du derjenige sein wirst, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte. Und wenn das Erste, was sie erfährt, all diese negativen Sachen sind, dann ist die Antwort Nein, weil sie hat genug selber Altlasten. Sie muss nicht deine auch noch tragen. Es ist besser, wenn du zeigst, dass du auch Stärke hast, dass du versuchst, das Positive aus jeder Situation zu ziehen und dass du eben nicht, wie viele anderen, nur nach Mitleid schaust. Mitleid ist nicht sexy. Auf gar keinen Fall. Punkt Nummer 47. Es geht sich pausenlos befragen und unterwegs. Woher kommst du? Was machst du? Was einen Beruf hast du? Wie lange bist du schon da? Okay. Wie viele Kollegen hast du? Magst du deine Kollegen? Wieso magst du deine Kollegen nicht? Und so weiter und so fort. Korrekt. Ein Kennenlernen oder auch ein Date ist kein Interview. Es geht hin und her. Es ist mal spaßig. Es ist mal emotional. Es ist mal aufregend. Und das bedeutet, lass es nicht zu, dass sie in einen Interviewmodus verfallt. Wenn du merkst, dass das passiert, verändere das Ganze sofort. Sag, komm, wir haben gerade zu viel über denselben Quatsch geredet. Und dann stehst du vielleicht einfach mal mit ihr auf und ihr geht woanders hin und ihr macht was ganz anderes. Punkt 48. Zu bedürftig Interesse zeigen. Mach nicht eine Mausbee. Ja, genau. Direkt am Anfang an schon zeigen, dass du sie liebst oder dass du dir so viele Gedanken machst, um sie und dass, wenn sie dir nicht zurückschreibt, dass du dann besorgt bist oder dass du ihr dreimal hinterher schreibst, hey, du hast nicht geantwortet, Fragezeichen, Fragezeichen, lass das. Das drückt sie nur von dir weg. Das ist zu viel Druck. Damit wollen wir alle nichts zu tun haben. Es ist schön, dass du ein Mann bist, der Frauen mag oder der sehr viel Liebe in seinem Herzen hat. Aber dann zeig es, indem du Liebe für alle in deinem Herzen hast. Zeig, dass du Liebe für den Kellner hast. Zeig, dass du Liebe für deine Kollegen hast, für deine Freunde. Zeig ihr Fotos von dem letzten Trip mit deinen Freunden. Sei begeistert von der Liebe, die du in deinem Leben hast. Und wenn sie sieht, dass du so dementsprechend grundsätzlich ein liebevoller, sehr spendabler und gebender, gütiger König bist, dann ist es auch völlig okay, wenn du ihr diese Zuneigung zeigst und sagst, du bist verdammt clever. Du bist ein echt toller Mensch. Ich will mehr mit dir zu tun haben. Dich will ich noch kennenlernen. Das ist dann etwas, was sie nicht als, oh mein Gott, wer ist das denn, interpretiert, sondern als, hey, er ist einfach ein sehr gebender, wertschätzender Mensch. Mega cool, dass er mich auch wertschätzt. Punkt Nummer 49. Negative Kommunikation. Alles Scheiß-Mentalität haben. Bah, Wetter ist so kacke und die Politik sowieso und ich weiß gar nicht, warum ich noch dieses Land lebe. Hier läuft doch alles und die Rente ist ja eh nicht mal sicher und so weiter und so fort. Klar, damit will niemand was zu tun haben. Punkt Nummer 50. Zu schnell sexualisieren, ohne Vertrauen aufzubauen. Beispiel. Schlechte Witze unter der Gürtellinie machen. Ich werde jetzt kein Beispiel nennen. Ja, sexualisiert ist eine Kunst und die darf gelernt sein. Wie du das machst, ist natürlich durch ein Innuendo. Das heißt, es ist die Zweideutigkeit, die das Ganze so interessant macht und auch akzeptabel. Zu platt zu sexualisieren kommt nicht gut an. Und grundsätzlich fang zuerst immer bei dir selber an. Wenn du glaubst, dass du sie irgendwie heiß an dir machen kannst, durch das, was du sagst, dann liegst du auf dem Holzpfad. Es ist immer bei dir selber die Energie, die sich auf dein Gegenüber überträgt. Das heißt, wenn du dich selber attraktiv und sexy fühlst, dann hast du auch die Möglichkeit, dieses Gefühl der Sexiness oder des Sexes grundsätzlich auf sie zu übertragen. Wenn du dich selber nicht gut fühlst, dann wird sie sich auch nicht in deiner Nähe gut fühlen. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Also, wenn du sexualisieren lernen möchtest, dann solltest du zuallererst flirten lernen. Punkt Nummer 51. Überhaupt nicht sexualisieren. Darum lerne flirten. Wenn du gar nicht sexualisierst, dann ist das, weil du keine Ahnung hast, wie du das machen sollst oder weil du dich nicht traust. Darum lerne es, in einem behutsamen Kontext zu flirten, sodass es erstmal Spaß macht, beim anderen schöne Emotionen auszulösen, du tolle Reaktionen bekommst und so bekommst du auch das Selbstvertrauen, dann auch auf das nächste Level zu gehen. Sexualisieren wird in diesem Kontext dann wie ein weiterer Baustein sein, der sich einfach vor dir aufbreitet. Es wird ganz natürlich geschehen. Genauso wie es gerade beim Roman ganz natürlich geschehen ist bei uns im Coaching, der mit den Frauen dann einfach ins Schlafzimmer geht. Und auf einmal sind sie dort und es passiert einfach ein Schritt nach dem anderen, weil er nicht versucht, krampfhaft irgendwie das Ganze zu sexualisieren, sondern er geht das Ganze ganz entspannt, flirtig, leichtherzig an. Das ist die Kunst des Flirtens, die hat er bei uns gelernt und deswegen ist ganz wichtig, dass du zunächst einfach das Flirten lernst. Yes! Total geil. Das Beste, was mir passieren konnte und dir auch passieren könnte. Gehen wir weiter. Punkt 52. Einen schlechten Umgang mit Menschen pflegen. Menschen allgemein schlecht behandeln, wie das Servicepersonal, zum Beispiel ein Restaurant. Ich habe dazu schon vor, ich weiß nicht mehr, sieben Jahren, sechs Jahren ein Video gemacht. Das kannst du dir hier anschauen, wenn du möchtest. Und dort habe ich darüber geredet, wie du an einem Menschen erkennen kannst, ob es ein guter Mensch ist. Das heißt, wie du erkennst, ob der Mensch vor dir etwas im Schilde führt oder es grundsätzlich gut mit dir meint. Worauf ich in diesem Video eingehe, in dem Video da oben, nicht mehr in diesem, ist, dass es gewisse Instinktmomente gibt, wo du genau erkennen kannst, ob derjenige ein guter Mensch ist oder ein Mensch, mit dem du vielleicht nicht so viel zu tun haben möchtest. Und das sind die Dinge, auf die du achten solltest beim Kennenlernen von einer anderen Person. Besonders von der Frau, mit der du vielleicht den Rest deines Lebens verbringen wirst. Punkt 53. Mackerspielen und Prollen. Oh, da fällt mir die Geschichte ein. Eine meiner besten Freundin hat mir erzählt, sie hatte mal ein Date mit einem total heißen Typen, den sie toll fand. Ein Arbeitskollegen sogar. Und sie hat sofort das Interesse an ihr verloren, als sie nämlich unterwegs waren, über die Straße gegangen sind. Da ist so ein Auto um die Ecke gekommen, hat sie geschnitten. Der Typ hat sich aufgestemmt und aufgebäumt und den Fahrer angebrüllt und den übertriebenen Mackern Beschützer gespielt. War vorbei bei ihr. Sie hat sofort das Date abgebrochen und ist nach Hause gegangen. Natürlich, das bist du aber nicht, denn du bist ein Mann mit Herz oder ein Mann mit Tiefe. Deswegen herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wenn du übrigens noch nicht abonniert hast, dann mach das. Klick auf den Abonnieren-Button und dann gerne auch auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn dir diese Videos helfen, ist, dass du dem Video einfach nur ein Like dalässt. Schreib in den Kommentaren, ob dir das Video geholfen hat. Welcher dieser Punkte du für Quatsch hältst oder für einen guten Tipp, das hilft uns viel mehr. als dieses ständige Abonnieren, Glocke klicken und so weiter und so fort. Einfach einen Daumen hoch, das würde uns sehr, sehr freuen. Schreib uns, kommuniziere mit uns, flirte mit uns. Punkt 54. Keinerlei Empathie zeigen. Sie vertraut dir irgendetwas an, was sie verletzt hat oder zu schaffen macht und eine einzige Antwort ist, ja, okay, passt schon, kriegst du schon hin. Genau, hab Begeisterung für sie, für ihr Leben, hab Emotionen für sie, für ihr Leben. Und das bedeutet, wenn sie etwas Tolles durchlebt, dann kannst du auch nicht für sie freuen. Wenn sie etwas Schreckliches durchlebt, dann ist es auch okay, Empathie zu zeigen. Du musst dich nicht komplett in das Down hinabziehen lassen. Du kannst sie auch wieder rausholen, indem du ihr Blüte mitgibst. Was ist Blüte? Das bedeutet, dass du ihr wieder ihre Ressourcen gibst, damit sie die Stärke fühlt, die sie schon längst in sich hat. Damit sie wieder das Selbstbewusstsein hat, das sie gerade verloren hat und dann aus eigenen Stücken sagt, weißt du was, ja, du hast recht. Du hast echt recht, Andi, ich kann das. Natürlich kann ich das. Boah, ich hab das dann und dann auch schon geschafft. Boah, dankeschön. Das ist viel besser, als dass du versuchst, ihre Probleme zu fixen oder mit ihr gemeinsam jammerst. Das will sie nicht. Das hilft ihr auch nicht. Punkt 55. Informationsaustausch. Das ist langweilig. Boring. Oh ja, ja. Kennenlernen zwischen zwei Logikern ist auf der logischen Ebene. Und wenn sie genauso wie du schüchtern ist oder Angst hat davor, den nächsten Schritt zu gehen oder sie einfach nicht weiß, ob du sie magst und deswegen ist sie vorsichtig beim Kennenlernen, dann wird diese zurückhaltende logische Ebene euch nicht wirklich voranbringen. Darum wechselt zur Spaß-Ebene, bringt da wieder den Humor rein. Leichtigkeit, Witz, Spaß, Humor ist so wichtig, dass wir erkannt haben, dass das das allererste ist, was wir dir beibringen. Und deswegen lerne, ich sag's nochmal, lerne flirten. www.interessewecken.de Punkt 56. Von Ex-Beziehungen sprechen oder über Ex-Beziehungen ausfragen, wenn du nicht weißt, wie es geht. Yes, wenn du nicht weißt, wie es geht und das ist bei den allermeisten Männern der Fall, dann lass es einfach. Es gibt sehr konkrete Gründe, warum du mit ihr über ihre Ex-Beziehungen reden solltest. Und das ist natürlich, um herauszufinden, wie sie über diese Ex-Beziehungen sieht. Das heißt, es ist ein Filtermechanismus. Du möchtest herausfinden, ob sie alles schlecht redet oder ob sie auch imstande ist, die guten Dinge zu sehen. Und das ist ein Filtermechanismus. Deswegen ist es hilfreich und auch wichtig, meiner Meinung nach, über ehemalige Beziehungen zu sprechen. Zum Beispiel die Frage, wie lang war denn deine letzte Beziehung? Oder ist sie im guten oder schlechten Auseinandersetzungen? Mein Lieblingsfall. Allerdings geht es dort dann auch um gewisse Grundregeln der tiefen Gespräche, die wir dir erstmal näher bringen müssen. Deswegen darüber, das geht jetzt zu sehr in die Tiefe. Wenn du dich damit unwohl fühlst, lass es sein. Ansonsten mach deine eigenen Erfahrungen. Probier diese Fragen ruhig mal aus. Punkt 57. Sehr schnell intime Fragen stellen. Wenn du nicht weißt, wie. Wenn du nicht weißt, wie. Das sind die Grundregeln von tiefen Gesprächen. Die solltest du kennen. Wenn du keine Ahnung hast, wie man in die Tiefe geht und das angenehm. Wenn du nicht weißt, wie ein Einbettungssatz funktioniert. Oder du nicht weißt, wie du bei ihr Emotionen spiegeln kannst, sodass das auch angenehm ist, während du in die Tiefe gehst. Wenn du nachhackst, wenn du W-Fragen stellst, dann muss das furchtlos geschehen, aber auch einfühlsam. Und um das richtig zu machen, brauchst du Übung und du brauchst dafür einen Leitfaden. Nimm dir gerne diese Beispiele, die ich gerade alle genannt habe, an Fragen, die du stellen kannst. Aber Vorsicht walten lassen. Du möchtest nicht als zuforsch rüberkommen. Deswegen, das Beste, was du tun kannst, ist, dass du immer sagst, ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen. Ist völlig okay, wenn du nicht antworten möchtest. Gib ihr den Raum, gib ihr den Platz, dass sie nicht sich unter Druck gesetzt fühlt. Punkt 58. Tiefe Gespräche haben und dabei in Schwermut fallen. Ja, lass es nicht zu, dass die Tiefe, die du mit ihr eingehst, dich in eine Traurigkeit versetzt, aus der du nicht mehr rauskommen kannst. Ich habe dazu schon vor Jahren mal einen Schauspielkurs von Sir Michael Caine gesehen, den du auch auf YouTube finden kannst, wo er dir sagt, wo er sehr treffend formuliert, dass du deine Rollen so locker tragen darfst wie einen Hut. Das heißt, geh nicht zu tief in diese traurige, trübselige Stimmung hinein, wenn du da nicht bleiben möchtest. Und das möchtet ihr nicht. Es ist schön, mal sie auch in dieser Facette kennenzulernen, dass sie dich in dieser Facette kennenlernt. Aber hier auch wieder setz einen Deckel drauf, dass du es wieder raus schaffst, ist wichtig. Nur dann kannst du sie auch durch diese Reise des Kennenlernens führen. Punkt 59, keine Begeistung für irgendetwas zeigen. Punkt Nummer 60, versuchen sie von dir zu überzeugen. Nimm mich. Wenn du versuchst sie zu überzeugen, hast du schon verloren. Du brauchst niemanden von dir zu überzeugen. Du, mein Lieber, bist gut genug. Das ist die Kernessenz. Du bist schon längst der Mann, den sie möchte. Punkt 61, argumentieren. Ja, doch, weil. Aus diesem Grund. Und sowieso. Kommt auf den Kontext an natürlich. Aber ja, 100%. Wenn sie dich kennenlernen möchte und sie hat selber den Mut, bei dir nachzuhaken oder dich herauszufordern, dann rechtfertige dich nicht. Ja, doch, ja, nee, das ist weil. Ja, doch. Klar, manchmal ist das okay, aber wenn du dich ständig rechtfertigst, dann kommt das nicht gut an. Es ist besser, in so einem Moment dann einfach, auch wenn es nicht stimmt, was sie sagt, wenn sie dich herausfordert und irgendwie einen Witz sagt und sagt, ja, das hast du nicht geschafft, weil du zu, keine Ahnung, du warst so schlecht in der Schule, oder? Du hast wahrscheinlich nur Sechsen bekommen. Dass du dann einfach ihr Recht gibst und sagst, ja, ich war, ich habe, ich habe sogar einen Preis dafür bekommen. Der schlechteste Schüler des Jahrhunderts. Tadaa! Was bin ich? Ja, dankeschön. Besser, dass du damit mit Humor umgehst und ihr einfach Recht gibst, als die ganze Zeit zu argumentieren. Punkt 62. Sie fordert dich heraus und du bist eingeschüchtert. Genau, das ist das Beispiel, das ich gerade hatte. Geh einfach dann mit. Das Ganze ist die Ja-und-Regel. Das ist eine der Grundregeln des Flirtens, die du bei uns, bei den Flirtspezialisten lernst. Die Ja-und-Regel bedeutet, sie gibt dir etwas, du baust darauf auf. Sie gibt dir zum Beispiel eine verrückte Fantasie und du sagst, ja, und du baust auf der verrückten Fantasie auf. Wichtig ist dabei, dass du nicht den Flirt tötest, indem sie dir eine verrückte Fantasie gibt. Oder dieses Beispiel mit, du warst wahrscheinlich in der Schule super schlecht, hast nur Sechsen bekommen. Und dass du dann das Ganze absägst, indem du sagst, nee, das stimmt gar nicht. Das tötet den Flirt, das tötet den Spaß. Mach das nicht. Ich behalte es am Leben, geh darauf ein und mach das Ganze am besten einfach noch größer. Punkt 63. Ständig nur über deine oder ihre Vergangenheit reden und niemals über die Zukunft oder die Gegenwart. Sie wird sich denken, hat dieser Mann überhaupt eine Zukunft? Aber wenn, dann keinen mit mir. Ja, natürlich. Es ist wichtig, über deine Träume ebenfalls zu reden. Und Träume müssen gar nicht beruflicher Natur sein oder so groß hochgestochen, dass du genau weißt, wo du im Leben hin sein willst, hinkommen möchtest. Es kann auch einfach nur sein, dass du dir eine gewisse Form von Beziehung vorstellst. Eine Beziehung, in der ihr beide auf Augenhöhe seid. Wo du fair miteinander umgehst, wo es wichtig ist, seine Bedürfnisse auszusprechen und die Bedürfnisse des anderen anzuhören und wirklich zuzuhören. Dass dir das wichtig ist, wenn du das erzählst. Wenn du erzählst, das muss nicht dieses Beispiel sein, das können hundert andere Beispiele sein, aber wenn du erzählst, dass du etwas magst oder etwas willst im Leben. Etwas, was noch kommen wird oder was schon mal da war und was du einfach wertschätzt. Dann weiß sie, dieser Mann weiß, was er will und das Ganze hat eine Richtung, es hat eine Vision. Du bist ein Mann auf deiner Mission. Und da brauchen wir die Mission gar nicht so weit aufzubauschen, dass du genau weißt, was du beruflich werden willst oder dass du irgendwas anderes nebenberuflich noch machst und so weiter und so fort. Das ist alles zusätzlich schön, brauchen wir aber gar nicht haben. Es ist völlig okay, wenn du als Mann einfach weißt, was für eine Art Mann du sein willst und was für eine Art Beziehung du zu deinen Mitmenschen haben willst. Darüber kannst du reden, das kannst du ihr sagen und dann wird sie ein Bild davon haben. Das ist ein Mann, mit dem ich die Zukunft verbringen möchte. Punkt 64, über das moderne Knigge können wir ewig streiten. Das tue ich auch mit einem ND, aber ein Minimum an Etiketten nicht einzuhalten ist ein absolutes No-Go. Wie rülpsen, furzen, sich in der Nase pokkeln, sich am Sack oder am Hintern kratzen oder sich den Schnodder durch die Nase zu ziehen. Das ist ein guter Tipp, macht das nicht. Ich vergesse es ab und zu mal, aber gut halt. Punkt 65, ihren Namen nicht merken können. Klar, du willst sie ja kennenlernen, dann ist das Erste, was du kennenlernst, ihren Namen. So merkt ihr ihren Namen. Punkt 66, alles ungefragt bezahlen wollen. Punkt 67, geizig sein und alles auf den letzten Cent trennen. So Dutch Payment. Punkt 66 und 67, rede drüber. Ja, es ist völlig okay, dass mal die Frau zahlt, es ist völlig okay, dass der Mann zahlt. Am besten, du gehst da ganz entspannt mit um und sagst dir zum Beispiel, hey, die erste Runde geht auch für mich. Dann hast du damit gezeigt, dass du durchaus gewillt bist zu zahlen, aber dass du dich nicht für sie verbiegst und dass du immer zahlen wirst, sondern dass das Ganze auf Augenhöhe geschieht. Ja, ich weiß, das Ganze ist auch kontextbezogen, kulturbezogen. In manchen Kulturen wird erwartet, dass der Mann zahlt, in anderen nicht. Hier im Westen ist allgemein die Kultur so, dass es völlig okay und auch sogar von Frauen gern gesehen wird, dass du die Geste zeigst, aber dass du nicht für alles zahlen willst. Denn sie möchte sich auch nicht dir gegenüber verpflichtet fühlen, weil wenn Frauen erleben, dass der Mann die ganze Zeit zahlen will, dann haben viele Frauen direkt das Gefühl, oh je, oh je, der erwartet jetzt etwas von mir. Ich muss jetzt mit ihm nach Hause gehen oder sonst irgendwas mit ihm machen. Und das ist natürlich auch ein unangenehmes Gefühl, deswegen biete hier einfach an, zum Beispiel, dass du die erste Runde zahlst und dann weißt sie, dieser Mann hat das Beste aus beiden Welten. Er macht mir keinen Druck und er ist ein Gentleman. Ja, erste Runde geht auf mich, Capricorn. Okay, Punkt 68, beim ersten Date schon ein Geschenk mitbringen, Blumen oder so. Oh ja, auf gar keinen Fall machen. Wirklich, wirklich, wirklich auf gar keinen Fall machen. Schick dir auch keine Blumen ins Büro oder sonst wohin, wenn du noch nie mit ihr geschlafen hast oder ihr noch nie auf Dates wart. Nein, 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 Blumen ist etwas Wunderschönes, ich bin ein Riesenfan davon. Ich gebe meiner Freundin sehr gerne Blumen, aber das ist genau die Sache. Das machen wir in der Beziehung, nicht davor. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Gib ihr die Chance, dich erstmal kennenzulernen. Punkt Nummer 69, während des Dates sie ständig ablenken lassen. Vom Smartphone am Smartphone hängen, chatten, telefonieren oder mit dem Blick ständig umherschweifen, andere Dinge im Kopf haben. Yes, bist du bei ihr, willst du sie kennenlernen, dann sei auch bei ihr. Das ist völlig okay, wenn du mal woanders hinschaust und mal überlegst oder die Pause genießt. Das ist sogar gut, weil es den Druck wieder abbaut. Aber, mein Lieber, zeig nicht, dass du desinteressiert bist. Und die ganze Zeit auf dem Handy hängen ist natürlich Desinteresse. Weißt du was, ich nehme mir jetzt die Liste. Ich lese jetzt selber mal vor. Das wird mir zu langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur zuhören muss. Also, kommen wir zum Date. Vor dem Date, mein Lieber. Punkt 70, zu früh zum Date kommen und gelangweilt werden. Rauchen, Smartphone, Hände in die Tasche und suchend warten, am besten noch ungeduldig sein. Mach das nicht. Wenn du zu früh kommst, ist das völlig okay. Aber, dann verbring die Zeit, indem du sozial bist. Unterhalte dich mit anderen Menschen. Komm selber schon mal in den Modus, der gleich gefragt sein wird, sodass du selbstbewusst in das Date hineingehen kannst. Es ist total sexy, wenn dein Date zu dir kommst und du ihr schon zwei, drei Leute vorstellen kannst, die um dich herumstehen. So, hey, ah, da bist du ja. Ey, ich muss dir mal unbedingt den Handy vorstellen. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Und so weiter. Das ist mega erfrischend und locker. Ja, ja, da sieht sie direkt, wie souverän und selbstbewusst du in sozialen Situationen bist. Und das gibt ihr ein gutes Gefühl, bei dir gut aufgehoben zu sein. Punkt 71, zu spät zum Date kommen und nicht Bescheid sagen. Mein Lieber, wenn du zu spät kommen wirst, dann gibt es da eine super Nachricht, die du schicken kannst. Und die ist, hey, ich werde mich um zehn Minuten verspäten. Das ist alles. Ganz entspannt. Das kannst du eine Stunde vorher schreiben. Halbe Stunde vorher, dann ist das schon ein bisschen knapp dran. Kommt darauf an, ob sie zum Date nur zehn Minuten laufen muss oder ob sie eine Stunde lang im Zug fahren muss zum Beispiel. Am besten, um sicher zu gehen, dass ihr an demselben Tag euch zur selben Zeit treffen werdet, kannst du einfach sechs, sieben Stunden, also am Vormittag, wenn ihr euch abends trefft, dann einfach am Vormittag schon schreiben, hey, ich habe gerade geschaut, ich habe da noch einen Termin. Ich werde mich wahrscheinlich um zehn Minuten verspäten, 18.10 Uhr passt das für dich. Und dann wirst du nämlich von ihr auch wissen, dass wenn sie sagt, ja, passt, dann weißt du, alles klar, wir sind tatsächlich noch für das Date terminiert. Und wenn sie sagt, oh nee, du, passt heute leider nicht, können wir das vertagen, dann wirst du nicht umsonst zum Date fahren. Kann mal vorkommen, wenn du solche Nachrichten vorher schreibst, dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Ganz entspannt. Kommen wir zur Begrüßung, wenn du sie kennenlernst. Gefällt mir mal, Kaku, dass ich jetzt mal hier diese Liste vorlese. Ich habe mir deinen Job hier angerissen. Du bist jetzt der Flirt-Coach für Männer mit Tiefe. Du nimmst gerade mal das letzte Drittel. Die ganze Arbeit habe ich jetzt gemacht. Ja, ich weiß, meine Stimme ist auch schon ziemlich heiser. Das ist das längste Video, was wir jemals gemacht haben. Wenn es dir zu lang ist, dann schreib das in die Kommentare. Wenn es genau richtig ist, dann schreib das in die Kommentare. Wenn du Spaß damit hattest, freut mich das. Schreib es in die Kommentare. Kommen wir zur Begrüßung. Punkt Nummer 72. Wenn du zu formell bist in der Begrüßung, also dass du quasi die Hand ausstreckst und das wie in einem Business-Setting machst. Nein, du kannst ruhig herzlich sein. Küsschen links oder Küsschen links, Küsschen rechts. Je nachdem, wo ihr seid, in welchem kulturellen Kontext. Um in einem großen Lächeln. Makako, ich weiß, du begrüßt die Mädels immer auf eine sehr, sehr herzliche Art und Weise. Wie machst du das denn? Ich stelle mich hin, verbeuge mich dann ganz tief und sage, Anja, ich bin gerade so ein bisschen da. Panker sind die da. Mache ich das? Oder, da ich ein herzlicher Typ bin und auch möchte, dass die Menschen das mitbekommen, begrüße ich alle Menschen, nicht nur Frauen bei Date. Ich umarme die Menschen, gebe ihnen ein Küsschen und lächle sie an. Und das nicht über alle, sogar deine Mama, deine Oma, dein Opa, jedem, sogar einen Hund. Kommen wir zum Äußeren. In der Tat gibt es äußere Erscheinungsmerkmale, die entweder gut sind oder schlecht. Ist das etwas, an dem du etwas verändern kannst oder nicht? Das ist der kritische Punkt. Du kannst etwas an diesen Punkten verändern. Und deswegen wollen wir sie auch listen. Punkt Nummer 73. Mangelnde Körperhygiene. Häufige Duschen, häufige Duschen, häufige Duschen. Deo kann man auch ohne Aluminium kaufen, Zähneputzen, Zahnseide benutzen. Ganz wichtig, machen viele Männer gar nicht mal so viel. Punkt Nummer 74. Ausgepflanzte, löchrige oder verschmutzte Kleidung tragen. Mach das in der Garage. Wenn du selbst, yes, yes, yes. Wenn du selbst Wert hast, wenn du selber dir es wert bist, dann wirst du dich auch so kleiden wie, wenn du die Frau magst, dann wirst du ja auch denken, wow, diese Frau ist echt wunderschön. Sie kleidet sich wunderschön. Dann wirst du sie ja auch dafür schätzen. Und wenn sie sich kleidet, wie als ob sie gerade vom Klo kommt, dann denkst du dir, oh, okay, na gut, sie ist eher der natürliche Typ, denke ich mal. Aber wenn sie dann das kombiniert mit anderen nicht so schönen Körperhygiene-Eigenschaften, dann denkst du dir auch, okay, nein, danke. Deswegen, Körperhygiene kann man verändern und natürlich auch, was du anhast, kannst du verändern. Der Trick dabei ist einfach kontextbezogen, sei für die Situation ausgestattet. Zum Beispiel keine Outdoor-Klamotten in der Stadt oder auch kein Anzug, den du bei einer Hochzeit tragen würdest zu einem Date. Es ist völlig okay, mit einer Jacke und mit einer Chino oder mit einer Jeans mit ganz normaler, legerer Kleidung aufzukreuzen. Damit punktest du auf jeden Fall. So, und wenn du noch einen Tipp möchtest, dann geh einfach mal an einen Herrenbestatter, Herrenauskleider, Herrenbestatter. Geh zu einem Herrenbestatter, nicht schon mal ein Maß für später. Genau. Lass dich einkleiden und hör dir einfach mal an, welche Outfits sie dir zusammenstellen. Sei offen, sei einfach mal offen dafür, was sie dir jetzt alles zusammenwürfeln, welche Hose, alles Mögliche. Geh nicht zu einem Zara, geh ruhig mal dahin, wo es ein paar Euro mehr kostet und lass dich beraten. Du wirst erstaunt sein, was man aus dir alles machen kann. Punkt Nummer 75. Unpassende, nicht zur Situation passende Kleidung tragen. Trainingsanzug, Outdoor-Bekleidung etc. Habe ich gerade schon gesagt. Ganz genau. Punkt Nummer 76. Mit einem Anzug kommen, außer du kommst direkt von der Arbeit. Korrekt. Punkt Nummer 77. Ungepflegter Haarschnitt. 78. Ungepflegte Fingernägel. 79. Unangenehmer Geruch oder Schweiß, Mundgeruch, dass deine Bekleidung stinkt. Po-Geruch. Ist klar. Das kannst du alles verändern, mein Lieber. Punkt Nummer 78 ist sehr, sehr wichtig. Haben mir sehr, sehr viele Frauen bestätigt, dass sie dir auf die Fingernägel gucken. Das heißt, egal wo du hingehst und wenn du merkst, dass du irgendetwas unter den Fingernägel hast, was dreckig ist, Hände waschen. Sofort Hände waschen. Kommen wir zu den letzten 20 Fehlern, die du unbedingt vermeiden solltest. Nämlich in der Kategorie Führung oder auch wie fokussiert bist du. Punkt Nummer 80. Keine Entscheidungen treffen können, also keinen Plan haben, was jetzt passieren soll, was du machen sollst, was ihr jetzt gemeinsam tun werdet. Das ist dieses, keine Ahnung, was wir machen sollen, schlag du doch was vor, ist völlig okay, was willst du denn machen? Hab eine Meinung. Es muss nicht die richtige sein, aber die einzige falsche Meinung ist definitiv die, dass du gar keine Meinung hast. Also hab eine Meinung. Schlage etwas vor. Das ist sowieso die Sprache der Verführung. Das sind kleine Impulse, die du setzt, wie beim Tanz. Also kleine Impulse sind Vorschläge. Wollen wir uns dahin bewegen? Willst du dich jetzt mal drehen? Wollen wir hingehen? Wollen wir ein Eis essen? Komm, komm, ich zeig dir dieses Eis. Es schmeckt so gut. Das musst du unbedingt mal probieren. Ich zeig's dir. Das sind Vorschläge. Das ist sehr angenehm. Das ist der Plan. Das ist Führung auf eine ganz angenehme Art und Weise, ohne sie zu zerren, ohne zu dominieren, ohne so zu tun, als wärst du der Boss. Das Ganze passiert auf Augenhöhe. Das Ganze passiert auf Augenhöhe, aber du darfst derjenige sein, der die Ehre hat, die Impulse zu setzen. Ja, perfekt. Weißt du was? Ich hab jetzt grad Bock auf einen Döner. Lass uns einen Candlelight-Döner haben. Kommst du mit? Komm mit. Komm mit. Candlelight-Döner, sehr cool. Ja, mein Lieber. Kommen wir zu Punkt 81. In der Tat, habt keine langweiligen Dates. Ein Candlelight-Döner wäre so ein nicht langweiliges Date. In der Tat. Kino auch nicht so gut, auch wenn es sehr, sehr tolle Filme gibt. Aber dabei schaut ihr beide einfach nur in eine Richtung und ihr habt keine Interaktion untereinander. Deswegen, das beste Date ist nach wie vor das klassische Spazierengehen. Trefft euch zu einem Spaziergang und so könnt ihr euch am besten kennenlernen. Und ihr werdet noch ganz viele Sachen erleben entlang des Weges. Je mehr ihr erlebt, desto mehr wird das Gefühl entstehen, dass ihr Sachen gemeinsam durchlebt habt. Und es wird euch mehr und mehr zusammenschweißen. Perfekt. Am liebsten draußen bei gutem Wetter. Punkt Nummer 82. Keinerlei Abwechslung oder Dynamik während des Dates oder in euren Gesprächen. Das heißt, kein Ortswechsel, kein Situationswechsel oder auch kein Gesprächsthemenwechsel. Wechsel dich ab. Zeig Variation, damit wie du schon im ersten Punkt heute gelernt hast, sie dich nicht in eine Schublade stecken kann. Du bist ein interessanter Mensch, der in der Tat ein paar Geheimnisse hat. Genau deswegen, weil du niemals von einer Warte beurteilt werden kannst. Du bist ein interessanter Mensch, der immer wieder aus neuen Facetten, aus neuem Licht gezeigt wird und gesehen werden darf. Also wechsel auch die Location, wechsel das Gesprächsthema. Zeig, dass du mit ihr Spaß haben kannst, indem du ganz viele schöne Dinge erlebst. Perfekt. Zeig dir deine Persönlichkeit. Die ist wunderbar und ich weiß es. Du darfst sie dir nicht zeigen. Punkt Nummer 83. Übermäßiger Alkoholkonsum. Vor allem, wenn du das vor dem Date machst, um den Mut anzutrinken, lass das und auch auf dem Date trink dir keinen Mut an. Den brauchst du nicht. Wenn du lernen willst, wie du flirtest und was du sagen sollst, damit du in jeder Situation das Richtige sagst, dann komm lieber zu den Flirtspezialisten. Also klick hier oben hin und wir sehen dich bei uns im Coaching wieder für gerade mal den günstigsten Preis, den es auf der Welt gibt. Weniger als einen Kaffee am Tag. So, Punkt Nummer 84. Sie ständig unterbrechen. Ständig unterbrechen. Das solltest du nicht tun, du sollst aber auch nicht. Punkt Nummer 85 machen. Sie nie unterbrechen. Unterbrechen wird oft als disrespektvoll erachtet, ist es aber nur dann, wenn du sie a. ständig unterbrichst oder b. unterbrichst, um über ein Thema zu reden, was du jetzt anvisierst. Oder ein komplett neues Thema oder sogar etwas, was nichts mit dem zu tun hat, was ihr gerade überhaupt zu tun habt. Warte mal. Also du redest zum Beispiel direkt. Warte mal. Punkt 85. Jetzt willst du mich unterbrechen. Nein. Nein, nein. Ich wollte dir nur sagen. Siehst du, das ist total unangenehm. Ich wollte dir doch nur sagen, schau mal, was wir geschafft haben. Wir sind schon bei Punkt 85. Wir haben das durchgestanden. Du hast aber immer noch so viel geniale Energie. Du bist verdammt nun mal richtig gut. Ich bin echt stolz auf dich. Dankeschön, Makako. Mach weiter. Was Makako gerade gemacht hat, ist genau der Moment, in dem Unterbrechen gut ist. Für zum Beispiel Wertschätzung, für einen positiven Kommentar, für ein Kompliment. Dafür kannst du auf jeden Fall sie unterbrechen. Und das zeigt sogar, dass du sehr souverän und charmant sein kannst. Weil du zeigst, du bist ein Mann, der sich traut, der Grenzen überschreitet, der mutig ist, der ein bisschen sogar in die Sphären geht von Oh, war das jetzt zu viel? War das disrespektvoll? Aber du machst das in dem Moment, wo du auch ein Kompliment gibst? Meine Güte, das ist doch perfekt. Damit zeigst du Mut, Wertschätzung. Das ist attraktiv. Darfst du dich ruhig mal trauen. Punkt Nummer 86. Falsches Bild von dir vermitteln. Also, wenn du so tust, als wärst du jemand, der du nicht bist. Zum Beispiel auch, dass du so tust, als wärst du extrovertiert, auch wenn du es nicht bist. Es ist völlig okay, der Mann zu sein, der lieber zu zweit in aller Ruhe sich unterhält, der nicht gerne unter Menschen ist. Du musst nicht mit ihr in einen Club gehen, auf ein Festival gehen. Es ist völlig okay, dich auf eine Parkbank mit ihr zu setzen und einfach mal mit ihr in die Tiefe zu gehen. Gleiches gesellt sich zu Gleichem und wenn du mehr dazu stehst, wer du wirklich bist, wirst du auch genau die Frauen kennenlernen, die zu deinem Typ passen. Und die gibt es. Männer sind nicht die einzigen, die schüchtern sind. Männer sind nicht die einzigen, die sich für Science Fiction oder für Anime interessieren. Männer sind nicht die einzigen, die gerne auch mal ihre Schwäche zeigen wollen würden. Sie braucht keinen Macho, sie braucht keinen weiteren Typen, der so tut, als wäre er etwas, was er nicht ist. Sie braucht dich. Und genau dich wird sie auch bekommen. Das hat ja schlichtweg keine Zukunft. Wenn du eine Rolle spielst, die du nicht bist, spätestens nach zwei, drei, vier, fünf Dates, wenn es weitergeht, wird sie merken, dass du anders bist und dann wird sie Interesse verlieren. Ja, genau, so geht es den ganzen Typen, die so tun, als wären sie Macho, Alpha, irgendwas und dann sieht sie irgendwann, ah, da stimmt was nicht, der hat doch eine kleine Schwäche, darum sei lieber direkt authentisch. Darum geht es hier, darum geht es hier. Also, und deswegen, Punkt 87, sich gegen Ideen versperren, ohne eine Alternative anzubieten. Also sowas wie, nee, mach ich nicht, kann ich nicht. Wenn sie sagt, wollen wir zusammen tanzen gehen, du sagst, nee, kann ich gar nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Sei offen dazu, etwas Neues zu lernen, sei offen dazu, etwas von ihr zu lernen. Der Mann, der von Frauen lernen kann, ist sehr attraktiv, denn das zeigt, dass du eben nicht irgendein falsches Ego hast, einen falschen Stolz, sondern dass du sehr flexibel bist und das ist sehr attraktiv. Punkt Nummer 88, keine Wir-Momente schaffen. Das machen super viele Männer nicht. Sie schaffen keine Wir-Momente, keine Wir-Blase. Das heißt, es bleibt dabei, dass am Ende des Tages er geredet hat, sie geredet hat und es zwei Individuen waren, die irgendwie mehr oder weniger aneinander vorbeigeredet haben. Nein, mein Lieber, es ist eine gemeinsame Reise. Deswegen, erschaffe eine Ebene, die ihr gemeinsam erleben könnt. Sei es dadurch, dass du mit ihr spazieren gehst und ihr tatsächlich Sachen gemeinsam erlebst, gemeinsam erlebst oder dass du auch in der Fantasie, über was ihr redet, gemeinsam in dieser Situation seid. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich würde gerne mal wieder auf die Insel, Mann, ich brauche echt mal wieder Urlaub. Auf welche Insel würdest du gerne gehen? Wo sollen wir hinfliegen? Und dann wird sie direkt sagen, ich würde gerne nach Bali. Bali ist cool, oder? Was könnten wir da machen? Surfen können wir lernen. Kannst du surfen? Wenn du in der Wir-Form redest, dann wirst du direkt schon ein Gefühl etablieren, das viel angenehmer für euch beide in Zukunft sein wird, denn es ist das Wir-Gefühl. Übertreib es nicht, aber lass es auch nicht komplett aus. Es ist gut, eine Wir-Blase zu erschaffen. Guter Punkt, Andy. Kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich das Mindset. Punkt Nummer 89. Das ist natürlich super schlimm, wenn du ein negatives Mindset hast und das bedeutet, dass du davon ausgehst, dass das Date scheiße verlaufen wird. Ganz kritisch. Du musst selber schon davon ausgehen, dass es ein schönes Date wird. Es ist gut, wenn du in die Situation hineingehst und schon dir ausmalst, dass sie dich mögen wird. In jeder Situation mit Frauen, auch wenn es eine neue Arbeitskollegin ist und du hast dich noch nicht vorgestellt, wenn du sagst, oh Mann, das wird bestimmt wieder in die Hose gehen, wird es auch in die Hose gehen. Es ist eine Kunst, die du dir antrainieren darfst und das ist in der Tat etwas, was du lernen kannst. Ganz gezielt durch Mindset-Coachings, die wir zum Beispiel auch selber mit dir machen. Mindset ist einfach eine super wichtige Säule beim Aufbauen von Selbstvertrauen, damit du auch bei Frauen souverän sein kannst. Deswegen mach dich nicht selber fertig. Das ist ganz wichtig, dass du dich selber auch lobst für die Dinge, die du gut kannst und dass du dir selber sagst, Mann, ich kann das. Sie wird mich bestimmt mögen. Ich werde es jetzt einfach mal herausfinden. Ich beweise es mir selber. Ich beweise es den anderen. Sie wird mich jetzt mögen. Und dann gehst du mit einer positiven Haltung auch schon ins Date oder einfach nur ins Kennenlernen, wenn es eine neue Freundin im Freundeskreis oder die neue Arbeitskollegin ist. Perfekt. Punkt Nummer 90. Sich selber schlecht reden und sich Sorgen machen, was sie von dir denken könnte. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Wenn du dir selber Sorgen machst, was sie von dir denken könnte, dann ist das all dieser Selbstsabotage-Mechanismus. Dieses, ich werde es bestimmt nicht hinbekommen. Was wird sie von mir denken? Sie wird wahrscheinlich glauben, dass ich komisch bin, ein Freak bin. Wie wird sie dann über mich denken? Wie wird sie über mich lachen? Das sind all diese Worte, die du dir selber sagst. Das sind Fragestellungen, die in deinem Kopf einfach nur dazu führen, dass du Angst haben wirst. Und dann wirst du blockieren. Stell dir lieber die Fragen, die positiver Natur sind. Wie wird sie wohl reagieren, wenn sie feststellt, dass ich tolle Werte habe? Wie wird sie wohl reagieren, wenn sie sieht, dass ich Humor habe? Wie wird sie reagieren, wenn sie feststellt, dass ich genau ihr Typ bin? Dann kommst du auf viel positivere Gedanken. Ja, ich weiß, das sagt sich so leicht, weil, meine Güte, soll ich mir jetzt einfach nur positive Fragen stellen und dann wird das auf einmal mit den Frauen geklärt sein? Nein, natürlich gehört da mehr dazu. Das ist natürlich ein Coaching. Deswegen machen wir Coaching auch nicht einfach nur übers Wochenende, sondern das ist ein intensiver Prozess, wo wir mit dir echt in der Tiefe arbeiten. Weil es sind so viele festgeklebte Muster, die du schon seit Jahren machst, wo du dir seit Jahren schon einredest, dass du nicht gut genug bist, die wir erstmal auseinanderfriemeln dürfen und dir wieder dieses Selbstbewusstsein Stück für Stück geben. Also, das kannst du natürlich auch selber probieren, hier auf YouTube, indem du dir meine Inhalte anguckst, indem du dir unseren Podcast anhörst. Hör dir gerne unseren Podcast an. Auf jeden Fall. Hör dir viel mehr in die Tiefe und vor allem heben wir dort mit unserem Selbstbewusstseinstrainer Dominik van Aave in die Tiefe. Das heißt, dort wirst du auch geil diese Kniffe kennenlernen, wie du dein Selbstbewusstsein aktivierst und du mit viel mehr Selbstvertrauen in diese Situation gehst. Also, hör dir den Podcast an. Ich verlinke ihn dir hier. Das ist der Freundin finden Podcast. Die neueste Folge kann ich dir gar nicht sagen, weil wir diese Folge vorproduzieren. Aber ja, abonnier den Podcast, hör dir die Folgen dort an. Ich weiß, dass der sehr gefeiert wird von unseren Zuhörern und von unseren Klienten. So, hör dir nochmal den Podcast an. Dominik ist der Meistermechaniker für Mindset-Stellschrauben. Bester Mann. Punkt 91. Fehler Nummer 91. Wenn du den Plan verfolgst, mit ihr Sex zu haben. Das ist ein, ja, das wird sie sehen. Sie wird sehen, dass du etwas im Schilde führst, dass du sie nicht als Menschen wahrnimmst, sondern dass du lediglich ein Ziel verfolgst mit ihr. Das ist unsexy. Das wird sie sehen. Garantiert. Garantiert. Frauen können das spüren. Also, habt nicht den Plan, dass sofort etwas zwischen euch passieren muss. Was ich gerne auf meinen ersten Dates immer sage, ist tatsächlich, übrigens nur damit du es weißt, sie werden heute nicht miteinander schlafen. Warum sage ich das? Es löst den Druck. Es löst den Druck. Es macht es viel angenehmer für uns beide. Außerdem habe ich dadurch sexualisiert. Ich habe das Wort Sex in den Mund genommen und ich habe das Szenario in einer Wirrblase erschaffen, dass wir zwei tatsächlich miteinander Sex haben könnten. Aber nicht heute. Und das gibt den Ganzen durchatmen. Und das macht es viel angenehmer. Allerdings solltest du auch nicht Fehler Nummer 92 machen. Keine Kondome dabei haben. You never know. You never know. Alles kann, nichts muss. Das ist das Motto des Swinger Clubs. Alles kann, nichts muss. Sei vorbereitet, aber erwarte es nicht. Ja, mein Lieber, also hab Kondome immer am Mann. Gesundheit geht außerdem vor. Punkt Nummer 93. In genau demselben Spirit. Wenn du deine Wohnung nicht aufgeräumt hast, sei vorbereitet. You never know, was passieren kann. Sie kann kommen und dann sieht es aus wie Sau. Also, hab deine Wohnung aufgeräumt. Außerdem kannst du im Bad ein kleines Körbchen haben, wo vielleicht solche Sachen drin sind, wie OBs, wie Abschmink, wie heißen diese Dinger, diese Abschminktücher, eine extra Zahnbürste. Das sind Dinge, die du quasi wie so ein Gästekörbchen in deinem Klo liegen haben kannst. Und dann wird sie sich immer wohlfühlen, auch wenn sie bei dir übernachtet. Okay. Hab OBs zum Abschminken. Ne, geile Idee. Ne, aber das ist aber noch so ein Punkt. Wenn deine Wohnung immer aufgeräumt ist, bist du auch sehr viel entspannter auf dem Date, weil du jederzeit weißt, ihr könntet drüber gehen. Du bist nicht kämpfernd und sagst, hey, weißt du was, ich hab noch eine Flasche Rotwein zu Hause. Lass uns zu mir gehen. Lass uns, ah fuck it. Ne, vergiss es. Geht nicht. Fehler Nummer 94, wenn du dir den gesamten Tag über Gedanken über sie machst. Oder den ganzen Tag über Gedanken über das Date machst. Durchatmen. Durchatmen. Es wird alles gut. Gut, du bist gut genug. Sie wird dich mögen. Und wenn sie dich nicht mögen wird, dann kannst du daran jetzt nichts verändern. So, entspann dich. Mit einem Lächeln im Gesicht und einem geraden Rücken wirst du auch viel besser rüberkommen. Fehler Nummer, äh, was haben wir, wo sind wir? Fehler Nummer 95. Schlecht schlafen, nicht fit sein. Oh ja, vor einem Date, äh, wenn du schlecht geschlafen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch einen schlechten Arbeitstag haben. Also, ja, das stimmt, sei ausgeruht, sei ganz entspannt, damit du bei Kräften bist. Fehler Nummer 96, den ganzen Tag vor dem Date nicht oder nur informell kommunizieren. Yes. Deswegen haben wir auch gesagt, wenn du, ähm, äh, zu früh zum Date kommst, dass du dich mit Leuten unterhältst, unterhalte dich am selben Tag schon mit anderen Leuten, um einfach in diesen Modus zu kommen. Diesen gesprächigen, frohen, optimistischen, sozialen Modus. Das ist in der Tat nicht etwas, womit alle Leute gesegnet sind. Ich auch nicht. Wenn du das 53 Frauen, äh, Video gesehen hast, hier oben, ich hab 53 Frauen angesprochen und das ist passiert, dann wirst du gesehen haben, dass auch ich ein Aufwärm, eine Aufwärmphase gebraucht habe. Damit ich mit fremden Menschen auf der Straße sprechen kann, ja, das ist nicht einfach nur, bing, hier bin ich. Dieser extrovertierte Typ bin ich nicht und das ist auch völlig okay. Ich weiß das und ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Deswegen kannst du auch als Schüchterner sie und ihr Herz für dich gewinnen. Okay? Also, mein Lieber, wir kommen zu den letzten Fehlern, die du vermeiden solltest. Und die sind Fehler Nummer 97, vor dem Date einen gestressten Tag haben und dann zum Date gehen. Wenn das der Fall sein sollte und du kannst nichts dafür, dann sprich einfach den Elefanten im Raum an, sag ich sie von Anfang an, du, ich hatte gerade echt einen stressigen Tag, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade am Anfang ein bisschen komisch bin, aber ich muss die Gedanken frei bekommen, es war, boah, zu viel auf der Arbeit. Ja, Entschuldigung, Alter, hier bin ich. Wenn du den Elefanten im Raum angesprochen hast, das Unausgesprochene ansprichst, dann weiß sie, dass es nicht an ihr liegt und es wird viel angenehmer sein, sie wird sich nicht irgendwelche Hirngespinste machen und es wird ein schönes Date werden. Ja, ist völlig okay, wenn das mal passiert. Fehler Nummer 98, vor dem Date sich mit analytischem Kram zu beschäftigen und nur im Kopf zu sein. Ja, gut, wenn das passiert, weil du nun mal analytische Dinge auf dem Job zu tun hast, wenn du beim Arbeitsplatz immer nur mit analytischen Dingen, logischen, rationalen Sachen kämpfen musst, dich rumschlagen musst, dann komm in den sozialen Modus, sprich mit anderen. Wenn du aus dem Büro rausgehst, dann gib nochmal Leuten einen High Five, sag ihnen, wünsch ihnen ein wunderschönes Wochenende oder alles Gute zum Geburtstag oder was auch immer, selbst wenn sie keinen Geburtstag haben, damit du in den sozialen Modus kommst, damit du wieder Spaß hast und raus aus diesem Alles-Hinter-Fragen-Modus kommst. Ja, das braucht manchmal einfach eine Weile, um diese Phasen zu switchen. Ganz, ganz wichtiger Tipp für Männer wie dich und mich, höchstwahrscheinlich, wenn du einer von denen bist. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für dich, für mich. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. L ist im Wunderland, immer ein guter Tipp, um sich aus dem Kopf in die Leichtigkeit zu bringen. Genau, kommen wir zum letzten Fehler, Fehler Nummer 99, dem Date zu viel Bedeutung geben, dem Kennenlernen zu viel Bedeutung geben. Warum ist das der letzte Fehler und auch einer der wichtigsten? Weil du deine Erwartungshaltung in die Realität zurückbringen solltest. Was ist wichtig beim Kennenlernen? Dass es funktioniert? Dass sie dich mag? Dass du das bekommst, was du willst? Nein, 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 nein. Was wichtig beim Kennenlernen ist, ist, dass ihr euch beide auf das Kennenlernen einlässt. Das heißt, lass den nächsten Moment kommen. Versuch nicht, den nächsten Moment zu planen, alles richtig zu machen, keine Fehler zu machen. Lass alles einfach geschehen. Du kannst führen, du kannst Impulse setzen, aber lass das Ganze spontan entstehen und lass dich auf sie ein. Du kannst keinen Fragenkatalog schon vorbereitet haben, denn so wirst du sie nicht so kennenlernen, wie sie wirklich ist. Jeder Mensch ist anders. Und dich auf die Situation so einzulassen, wie sie in jedem Moment sein wird, wird dich am selbstbewusstesten für alle Situationen machen. Wunderschön gesagt. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, nach diesen 99 Fehlern, wenn du es überhaupt so weit geschafft hast, Gratulation, das war das längste Video, was wir jemals gemacht haben. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, meine Güte, ich kann ja nur versagen. Unmöglich, dass ich alles richtig mache. Und weißt du was? Du hast recht. Auch wir machen Fehler. Wir werden garantiert mehr als nur einen von diesen 99 Fehlern machen. Bei unseren Dates, beim Kennenlernen, wenn wir eine Frau kennenlernen und wir kannten sie vorher noch nicht, dann werden wir nervös sein, dann werden wir auch mal uns komisch verhalten. Aber das, was du verstehen musst, ist, dass es ihr nicht anders geht als dir. Es gibt einen schönen Spruch, der mir damals sehr viel Leichtigkeit gegeben hat und das ist der. In meinen 30ern habe ich mir ständig nur Sorgen gemacht, was andere über mich denken. In meinen 50ern war es mir irgendwann egal, was andere über mich gedacht haben. Und jetzt, wo ich ein alter Mann bin, habe ich realisiert, jeder hat die ganze Zeit nur an sich selber gedacht. Wir sind alle zu sehr damit beschäftigt, an unsere eigenen Fehler zu denken, an das zu denken, was wir falsch machen könnten, wie wir rüberkommen, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Das ist das menschliche Manko. Es ist nicht ein Fehler von dir. Es ist der Fehler von uns allen. Und dadurch, dass wir es alle haben, ist es kein Fehler mehr. Es ist das, was uns zu Menschen macht. Darum darfst du entspannen, auch wenn du 20 dieser Fehler machst. Es ist okay. Welche Art von Frau möchtest du denn anziehen? Die perfekte Frau, die dich nervös macht? Oder die Frau, bei der auch mal eine Fünfe gerade sein kann? Wenn du wissen willst, wie du Frauen verführen kannst, ohne dich zu verstellen, dann mein Lieber willkommen auf unserem Kanal. Wenn du diesen Kanal schon länger schaust, dann würde es mich sehr freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat. Du wirst bestimmt nicht so schnell nochmal so eine lange Folge bekommen, aber wenn du das möchtest, dann sag es uns. Ansonsten freue ich mich, dich bei uns im Coaching zu sehen. Geh auf www.interessebecken.de und schau dir dort einfach mal das Video an, was dich im Coaching erwartet und wie du mit uns zusammenarbeitest. Klick hier, da siehst du das Video und dort erfährst du, welche Fehler wirklich wichtig sind beim Kennenlernen.